Die hierzu erwerbende gut gepflegter Vierzimmer-Hochpartei-Wohnung befindet sich in Köln. 1999 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Das Objekt verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller sowie einen Außenparkplatz. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Die Hochpartei-Wohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 100 m². Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 298.000 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Die Hochpartei-Wohnung. Die Hochpartei-Wohnung. Die Hochpartei-Wohnung. Bis zum nächsten Mal.